... So, genau. Auf geht's. Die Kamera. Ist egal. Lass ihn mal sitzen. Sitz. Das ist schon Respekt. Nein. Sitzen. Hallo. So, wir sehen jetzt, dass er Angst hat. Wir zwingen ihn jetzt mal nicht ins Sitz, sondern geht mal einfach wieder einander vorbei. Ihr müsst erst mal Vertrauen fassen. Hat schon Angst. Ihr müsst es jetzt mit Stimme machen. Dann geht ihr wieder auf eurem Platz. Gut.